ein buch der buch der buch der buch des tischlers ein tischler buch wir können eigentlich noch ein zwerg zum tischler machen wenn man einfach ihn oder dann ist der händler es kann auch weg machen wir alles mal ein bisschen glatt hier aber wir müssen auch nach unten kommen guck mal das hat geklappt hier das heißt wir könnten hier auch das erst mal erweitern ist ein bisschen was mit dem wasser kaputt denn hier haben wir auch kohle kohle ist cool bauen wir hier auch noch was dran und ich würde sagen hier vielleicht so eine hier so eine fackel mal hin damit sehen bitte hier wird noch gesammelt ausrüsten habe ich irgendwas verpeilt oder warum leuchtet das so wir haben noch eine kapuze gefunden ist ein zwerg drauf gegangen die sind alle ausgerüstet okay ich will das hier nicht so viel draufklicken damit die sich mehr auf hier unten konzentrieren wer knurrt denn da wieso kommen die hier nicht dran warum das knurrt da hier wurde aber zugemacht dann würde ich sagen machen wir da auch zu da kommt schon wieder eine leiter perfekt hier kann man keine hinbauen oder wie oder was das kann weg damit wir hier mal ein bisschen weiter reinkommen und wir setzen eine fackel irgendwie immerhin wie konnte ich denn die geschwindigkeit erhöhen wie war das denn nochmal hier da geht das alles klar nun gut da könnt ihr mal anfangen zu graben die kohle daraus ruppen neue aufgabe finde vorkommen von kohle die du zur herstellung von waffen und zum kochen von nahrung benötigst jawohl so damit sind die erstmal eine zeit lang geschäftigt da oben wird doch schon wieder nacht ja wir kriegen zwei spitzhacken steine und einen neuen zwerg jetzt hast du genug zwerge um expeditionen auszusenden und einen kleinen biomen nach zusätzlichen ressourcen zu suchen expeditionen kann ich mich gar nicht daran erinnern ist das neu verbessere das portal mit dem geeigneten rezept wie gesagt lange nicht gespielt es gibt einige neue sachen hier drin holzbogen handsäge was ist das denn das wissen wir noch nicht okay werkarbeiterlampe die sind alle unbekannt wir brauchen nach wie vor wir müssen hier natürlich diesen eisenbaum durch kochkunst lagerfeuer zum kochen können wir aber auch noch nicht bauen stuhl kann man bauen betten haben wir essen haben wir noch ein bisschen ne wir gucken mal dass wir weiter hier unten irgendwie es schaffen es schaffen da unten irgendwie kohle rauszukriegen das ist ganz schön viel kohle da unten ach so oh läuft die dem hinterher ich glaube schon oder was macht ihr denn da es müssen wir irgendwie gucken dass wir da drankommen ich glaube dafür brauchen wir hier noch ein paar leiter und ich sehe unsere leitern gehen uns aus deswegen mache ich direkt mal ein paar neue die werden wir brauchen ach so wir müssen ja noch den zwerg hier ausrüsten spitzhacke dings keule aber wir haben einen bogen dann lassen wir ihnen mal ein bogenschütze sein einfache pfeile wo kommen die rein ach so eine die wird glaube ich für den titschler benötigt dann aber die den haben wir ja noch nicht was machst du denn jetzt ach so das sieht nicht besonders hilfreich aus was du da machst haut den mal weg da unten bitte alter geht doch mal naja so ähm schnecken können wir eigentlich auch killen bringt schleim aber du kannst doch ruhig da erstmal weiterbauen ist hier oben los oh hmmm wir brauchen dringend betten die grenzen der unterkunft wurden verletzt wir brauchen ganz dringend betten zum schlafen wo ist denn unser bogenschütze der könnte doch da jetzt super ich weiß nicht ob das ist oh sammle kohle aufgabe erfüllt nice so nebenbei tötet den skelette auch erfüllt auch nice die rot ja hier unten ist die kohle hier kommen wir noch was ist denn unser bogenschütze kümmer dich doch mal da drum wir brauchen ganz dringend ähm irgendwie doch eine andere unterkunft ich probiere mal was was ist denn das der luke rausschießt die luke macht auch keinen sinn ort und dann baum hin so ich guck gerade auf die uhr und es ist dann die fünf nach sechs erst naja perfekt hätte ich doch schon fünf nach sieben dann haben wir ja noch jetzt hätte ich jetzt das spiel gewechselt aber können wir trotzdem gleich machen aber eben nochmal hier was ausprobieren und dann ja und ich muss ja gucken was ihr da gepostet habt leute 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 ähm ach so warte mal bau das mal ab das ding ich glaube ich habe mich da eben auch leicht vertan äh klappt es kann man dir helfen hier du sollst schon das totem abbauen ich kann ja kein neues bauen oder nö So. Du bist erstmal weg, Pandasi. Alles klar. Dann einen schönen guten Abend. Hashtag Glückskill, genau. Hey. Schönen guten Abend, Pandasi. Vielleicht liest man sie später noch. Das ist mal ein bisschen breiter hier alles. Oh, ein Buch. Ein Tischler. Müller. Tischler. Machen wir den auch zum Tischler. Was soll das denn? Ah, das Totem ist jetzt platt. Alles klar. Dann. Haben wir das Totem wieder? Schon aufgesammelt? Äh. Da, ja. So, und das bitte einmal. Kann hier nicht gebaut werden. Baust da. Wo ist unser Haus? Blr. Da, angeln, angeln. Kämpfen, kämpfen, Sonne. Ist noch weiter? Äh. Oh. Ah, siehst du? Zack. Das war mein Fehler. Das ist nämlich unsere Unterkunft jetzt hier. Es ist geschlossen. Und, ähm, jetzt können wir hier auch Betten reinstellen. So. Doof ist jetzt halt nur, dass unsere Truhe da oben ist. Aber das ist ja auch nur das Portal, ne? Hm. Haus fertiggestellt. Sehr gut. Siehst du, es pennen die hier und, ähm, füllen ihre Energie wieder auf. Äh, wie sieht's denn hier unten aus? Da können wir gleich noch... Oh, das Eisen. Da ist Eisen. Kommen wir den auch zu. Eigentlich können wir jetzt hier sagen, da einen hin. Die drei weg. Hier einen hin. Er pennt. Sehr gut. Und, äh, wie sieht's denn hier unten aus? Okay, baut ihr hier? Ihr baut hier, sehr gut. Ja, deswegen solltet ihr hier auch erstmal einen hinsetzen, Leute. Machst du jetzt, ne? Machst du nicht, machst du hier. Na gut. So. Äh, achso, da war ein Mist. So, rein davor setzen. Jetzt aber. Du kannst doch hier wegnehmen und dann da dran. Nö, nicht. Da ist aber Sand drüber. Da müssen wir vielleicht erstmal den Sand wegmachen. Oder? Hm. Apropos, äh, Äxte. Das sieht alles noch soweit gut aus, bis auf den Helm. Haben wir noch. Sehr gut. Wo kommen denn nochmal die Sägen rein? Da. Tischler, passt doch auch. Sehr gut. Oh, hier unten ist ganz schön viel Kohle. So, oh, was ist denn das? Da ist was Fieses in der Dunkelheit. Mach das mal platt hier erstmal. Ach gut. Das hält nicht viel aus. Sehr gut. Komm, baust du mal einfach ab. Wir werden sehen, was mit dem Sand ist. Sieht noch stabil aus, ne? Ne, sieht nicht stabil aus. Scheiße. Ähm, ähm, ähm. Aua, auweia. Ach, die kommen schon runter. So. Da ging ja nochmal gut. So, die können hier ruhig noch ein bisschen weitermachen. Man kann die auch hier mit, ähm, zurückbeordern in die Unterkunft. Das machen wir jetzt aber nicht. Der Sand hier ist weg. Dann grab da mal weiter. Mal ein bisschen schneller. Oh, oh. Stink am Anmarsch. Na, das erledigen die jetzt aber. Seitdem sie sich ausruhen können hier, geht das eigentlich schon. Forschungsbaum. Was müssen wir denn? Wir müssen immer noch hier... Achso, wir können jetzt aber... Wir können jetzt bestimmt ein bisschen hier, ähm, was machen. Warte. Topf. Ah, wir haben noch nicht genug Eisenerz. Da müssen wir unten doch noch schürfen. Hey. Das hab ich gesehen. Da kommt auch noch einer. Lass die Luke in Ruhe. Lass die Luke in Ruhe. Lass die Luke in Ruhe. Wir müssen uns ein bisschen verteidigen. Und in 17 Minuten kommt auch eine Welle. Lass die Luke! Äh, okay. Okay, alles geschafft. Wie sieht's denn hier unten aus? Hier haben sie noch ein bisschen was zu tun. Da kann man auch so ein Lichtchen platzieren. Damit man was sieht. Es gibt auch so Spells hier. Es gibt auch einen Teleporter-Spell. Den könnten wir eigentlich auch ausprobieren. Oder anwenden hier. Aber es geht eigentlich noch. Die Entfernung ist eigentlich noch machbar. Was denn jetzt? Achso. Tja. Das hat sich der Geist auch anders vorgestellt. Und da wird's auch schon wieder Tag. Das muss noch weg. Obwohl, ich kann's eigentlich mal machen. So, siehste. Jetzt können wir hier nämlich, ähm... Den Zwergen es ermöglichen, einfach wieder so zurück zur Basis zu kommen. Finde Eisenerz. Jawohl. Sonst noch irgendwo hier? Sieht jetzt nicht so aus, ne? Hier unten ist halt noch Kohle. Und jetzt kommt er nicht mehr zurück, oder was? Doch. Das müsste easy gehen. Äh, achso. Äh, die haben nichts mehr zu tun. Die haben nichts mehr zu tun. Und, ähm... Da wäre ich doch dafür, dass wir jetzt wieder ein Päuschen machen und danach noch einmal das Spiel wechseln, oder? Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, noch ein drittes Spiel anzuspielen. Und, ähm... Ich glaube, was wir machen, war ich denke auch, dass die... Dass der grundlegende Gedanke des Spiels ganz gut rauskam. Hier könnte man jetzt forschen. Wenn gewünscht, können wir auch da gerne mal weiterspielen. Ähm... Aber jetzt an dieser Stelle machen wir hier eine Pause. Und auf YouTube. Ähm... Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.